Der Ort der letzten Ruhe soll ein Ort der Begegnung der Lebenden mit Erinnerungen sein. Der Ruheforst Landhege Rothenburg ob der Tauber Kreglingen ist ein besonderer Friedhof. Ein Ruheforst vermittelt den Menschen das gute Gefühl, in die Natur aufgenommen zu werden. In einem stimmungsvollen und strukturreichen Buchenmischwald findet ein geliebter Mensch im Ruheforst Landhege Rothenburg ob der Tauber Kreglingen seinen letzten Platz. Gelegen in Baden-Württemberg, dort wo der Naturpark Frankenhöhe, die Hohenloher Ebene und das liebliche Taubertal aufeinandertreffen. Ein Ort der Ruhe und Harmonie. Für die Hinterbliebenen und ihre Gedanken bietet dieser Ruheforst Raum und Zeit. Der Ruheforst Landhege Rothenburg ob der Tauber Kreglingen. Ruhe finden. Der Ruheforst Landhege Rothenburg ob der Tauber Kreglingen. Ruhe vermittelt. Der Ruheforst Mitternacht. Ruhe vermittelt. Ruhe vermitteln. Untertitelung des ZDF, 2020